Teil der Crew, Teil des Schiffs. Okay, wir haben Fixed Wiring als Task. Ich weiß nicht, was der andere Task ist. Ich glaub irgendwas mit Schlüsseln oder so. So, wem vertrauen wir? Ich mein, Flask hat einen Hund dabei. So, Phil steht random rum. Der wird uns gleich umbringen wahrscheinlich. Oh no. So dieser Drive-By-Kill. Wir wollen hier nicht stacken, by the way. Wenn's geht. Fixed Wiring ist gut. Panda ist da, Bröki ist da. Mit den Dings müssen wir ein bisschen üben. Okay, alle sind hier am Wire fixen. Das ist gut. Das heißt, Silphi, Flask, Panda, Bröki sind relativ sicher. Wobei, Bröki stand nicht dran, muss man sagen. Bröki stand nicht dran. Panda, Silphi, Panda, Silphi. Okay. Silphi ist grad einfach weiter gelaufen. Kann sein, dass wir hier grad geintet haben. Auch nicht schon wieder fixler jetzt. Es kann sein, dass ich jetzt tatsächlich sterbe gerade. Wir werden dann nicht zum Light fixen gehen, wir werden für Speed Tasks gehen jetzt hier. Dann checken wir gleich rechts und links hier einmal die Räume. Sobald wir wieder Licht haben. Wir verstecken uns kurz da hinten. Oh, beide Philips sind tot. Scheiße. Das muss klein gewesen sein. Mach die Sache einfacher. Das muss Bröki gewesen sein. Direkt beim Double Kill. Wo waren die da? Scheiße. Also ich weiß, dass ganz am Anfang Silphi, Phil, Bröki, Panda, Lomenti und No Way am Lichtschalter waren. Ja, ich bin da in der größeren Bereich gewesen. Juli und Philipp waren nicht da. Ich war nicht da. Ich war grad auf dem Weg. Aber ihr habt schnell gepippt. Und wo ist die Leicheflask? Drei Leute. Drei Leute. Drei Leute. Ich war weiter weg. Weiß nicht. Das ist der Emergency Button gerade. Achso. Also ich hab No Way noch am O2 gesehen. Da war ich auch. Ja. Ne, actually nicht O2. Der eine Raum da runter ist. Da zum Weg runter. Aber Silphi war nicht mehr in dem großen Haus links drin. Der ist rausgegangen danach. Ich hab die Map erkundigt. Aber ja, ich bin unten bei Weapons. Ich bin gerade unten aus der Decontamination da rausgekommen nach links. Haben wir denn die Leichen schon gefunden? Ne, das war Emergency Meeting. Wir wissen ja nicht. Als du die Kill gemacht hast und dann zum Emergency Button laufen bist. Bröki, ist das jetzt wirklich das, was du versuchst? Also ich sag mal, Bröki, als wir die Wires gemacht haben. Ob du den Mut machen willst gerade? Als wir die Wires gemacht haben, stand Bröki weit weg. Ich möchte mal einen Verdacht auf Lesk äußern. Weil auf dieser Map hier, den Emergency Button randomly zu drücken, ist nächstes Mal. Ich habe auf den Leichen geguckt und habe gesehen, dass es zwei Leute tot. Und ich wusste, dass Silphi, Phil, Bröki, Panda, Lumenti und No Way am Elektrik waren. Ich skipp erstmal. Und No Way weiß das? Gleich neuer. Ach ganz ehrlich, ich wurde einfach für Bröki. Einfach aus Antipathie. Hau viel Pommes verbrennen. Verständlich. Wenn einer hier getragen gestanden wäre, wäre er ein Mörder gewesen. Lumenti stand gerade bei mir oben. Wasser. Gehen wieder fix, Leute. Ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst. Du Shit. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich muss irgendwo anders hin. Wir waren das gerade. Es leben noch eine Menge. Wenn einer stirbt, unsere Lava ist wieder zu kalt. Ich hasse das immer. Wenn immer die Lava zu kalt ist. Okay. Braun ist tot. So meine Freunde. Erzählt mir doch mal, wo ihr wart, diese Runde. Bevor ich hier liege, wo Panda gerade gestorben ist. Ich weiß, wo Panda gestorben ist. Und ich weiß auch, dass es ein Self-Report ist. Okay. Lassen wir erstmal so stehen. Erzählt mir erstmal, wo ihr wart. Dann sage ich euch auch, wo er gestorben ist. Woher weißt du, dass ein Self-Report ist? Weil ich auf die Kamera geguckt habe. Ich war gerade neben Office in diesem Gebäude. Bevor wir weiterreden. Habt ihr noch eine Karte dazu? Zu der Map? Ja, die ist im Chat schon drin. Oh, dankeschön. Also ich war neben Dings und habe da diese Lifelines gecheckt. Und habe gesehen, dass Braun getötet wurde. Praktisch. Und ich habe auch gesehen, dass die Kameras an waren. Und bin dann zur Türe rausgegangen und wollte hoch zum Labor und schnell checken, wo die Leiche liegt. Damit ich nicht den Emergency Button drücke. Ich war in der Kamera. Kann ich so verstehen. Sola wollte gerade auch schon Brutti-Rage-Kicken. Aber hat denn ein Rage-Kicken? Wie viel Sola? Ich wollte doch erst mal fragen. Hat denn jemand confirmed gesehen, dass Vlesk bei den Kameras war? Ja. Also ich kann sagen, die waren an. Ich kann sagen, die waren an. Ich habe mich sehr gerade an den Kameras erfreut. Ich habe mich erst mal entdeckt gerade. Und ich finde die sehr gut. Tschüss Sola. Ciao. Es ist jetzt schwer, mich zu verteidigen. Hast du sonst noch jemanden gesehen da? Es ist halt relativ smart gemacht von Vlesk und dem Impostor 2, was sie halt so mit der Kamera machen. Aber es ist jetzt schwierig, ein Ali zu sehen. Ich bin sehr sicher, dass es Sola ist. Aber ich weiß auch nicht, ob wir an der Stelle schon flippen müssen. Weil wir sieben sind nicht sehr gut. Aber wo ist denn Nomenti gewesen? Von der habe ich gar nichts gehört. Ja, weil ich auch bis gerade eben gemutet war. Ich war bei Communications und habe da ein Upload slash Download gemacht. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich bin einfach gigalost auf der Map. Ich glaube, wir müssen noch nicht flippen, Leute. Ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich merke mir die Votes. Ja, Vlesk. Ich merke mir auch die Votes. Okay. Bitch. Nein. Okay. Das war offensive. Es tut mir leid. So. Jetzt müssen wir mal los hier. Lumentis hinter uns. Hier sind Sola und Sylphie. Sola ist ein sehr schlechter Mörder. Das heißt, wir laufen jetzt hier um die Ecke. No. Der stand da gerade an den Wires. Random Run. Wollen wir mal bei Bruecki... Es kann auch Bruecki der Mörder sein, ne? Bruecki und Flesk zusammen sind mit das... Also die sind die stärksten Spieler, die wir haben. Das heißt, wenn Bruecki und... Bruecki und Sola... Bruecki und Flesk, die können zum Beispiel das mit den Kameras... Könnten die halt locker, easy halt faken. Zum Beispiel... Der ist niemand für einen Stackkill gerade gegangen. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht Bruecki, oder? Ich will auch... Ich bleib mal bei Bruecki. Wir beobachten immer, was der macht. Es ist gerade grün reingelaufen. In den Raum. Sylphie. Sylphie und Bruecki sind hier. Das ist jetzt natürlich ein sehr schlechtes Licht, das Wes gestorben ist. Das gebe ich auch offen zu. Sola, wo bist du gerade? Ich bin gerade aus Decontamination unten rausgekommen. Wo ist die Leiche? Aber ich war... Das sage ich euch erstmal nicht. Ich habe überhaupt nicht gesehen. Also ich war quasi ganz unten am Ende hier bei Admin. Und ich... Wo ist denn Decontamination? ...waren Communications. Ach so. Und Sylphie ist dann losgesprintet vor uns. Decontamination ist zwischen den Specimen Room links und rechts. Ich bin quasi runter Richtung Admin. Ich war bei Admin am Ende. Also ich kann nur für Bruecki. Ich stand neben Bruecki lange. Ich lief zum Licht. Also zum Reparieren. Aber da waren schon viele andere da. Ja und danach? Ich bin dann nach oben gegangen und habe dann so Lichter zusammengefügt. Die Leiche liegt rechts vom Office. Lui, wo hast du? Wo ist das Office? To be honest, ich habe keine Ahnung. Ich bin irgendwo unten links glaube ich. Rechts vom Office. Also entweder das ist Sylphie selber. Oder es ist halt wirklich Solar wieder. Nee. Ich weiß nicht ob er es ist ehrlich gesagt. Also ich skippe aber ich kann voll verstehen, dass er mich raus oder so. Es muss halt irgendeiner jetzt rausgeholt werden. Naja. Ja gut, sonst gibts einen Mütter. Bruecki ist auch... Bruecki, Sylphie. Ich denk mir, warum hätte Lester das tun sollen? Bruecki auf keine Communications. Ach scheiße. Weisst ihr, wir haben da einen Fehler gemacht. Weil wenn... Diese Dinger hasse ich hier, muss ich sagen. Die sind so nervig. So. Das ist jetzt kein Violin-Meeting. Ähm. Wie mache ich die Aufgabe mit Communications? Welche? Lumenti ist sehr, sehr scary, finde ich. Lumenti und Sylphie sind... Also ich würde sagen, Lumenti und Sylphie sind am... Am wahrscheinlichsten. Äh. Was... Grün wurde getötet. Grün wurde getötet. Grün wurde getötet, Grün wurde getötet... Was? Die hat die wieder ausgeschaltet, die Juli. Juli hat die wieder ausgeschaltet. Wir wissen, dass grün getötet würde, aber wo? Lass wir ein Merchantsy-Meeting machen. Ja, wir haben ein Problem, glaube ich. So, also es ist ja klar, dass nur noch ein Imposter lebt. Also sind wir gerade gestorben, Silphi? Silphi ist gerade gestorben, ich stand am Admin, ich habe die Leiche nicht gefunden, das ist ein Merchantsy-Meeting. Ich stand am Admin, ich weiß, dass wir in zwei Gruppen losgelaufen sind und eine Person hat sich getrennt. Und das ist Lumenti. Lumenti hat sich getrennt, die drei anderen sind zusammen hochgelaufen. Sie war auch gerade nicht da beim Reparieren, oder? Die war auch beim Reparieren nicht da, ja. Aber Juli kam auch, also ich kam auch sehr spät und Juli kam auch sehr spät und Brücki auch. Vielleicht ist das auch ein No-Way-Violin-Meeting gerade. Nee, aber es ist okay. Du hast ja vegane Mayo, dann ist er wahrscheinlich eher verschmerzt, weil du jetzt raus bist. Quatsch. Also first of all, ich habe diese Map noch nie vorher in meinem Leben gespielt, ja. Und ich kann euch genau sagen, welche Aufgaben ich gemacht habe. Ich war in diesem einen Raum mit den Toiletten, da gab es Virus, die ich fixen musste über so einem Venthole. Dann bin ich durch Admin durch, da wurde man erstmal desinfiziert. Dann wurde ich auch desinfiziert, dann oben bei Labrotary wurde ich auch desinfiziert und habe da diese Aufgabe gemacht, wo man Diamanten und so eine andere Kram irgendwie reinziehen muss. Das ist aber schon sehr glaubwürdig, ne? Nein, nein, Juli, letzten Task. Ich glaube, es ist Juli. Ich habe diese Map noch nie in meinem Leben vorher gespielt. Jetzt lass doch Juli reden, die denkt doch gerade nach. Lumen! Was? Letzten Task, schnell. Meine letzten Task, okay, ich habe Kabel verbunden, ich habe Lichter gefixt und ich habe oben diese Chips verbunden. Nee, nee, das ist zu bad. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie Juli argumentiert sonst. Ich muss sagen, Lumen TV hat gerade aber richtig, richtig lecker. Also wenn das eine Lüge war, muss ich sagen, geil. Ja, das war zu gut, glaube ich. Das war zu gut. Du bist der Einzige, den ich gerade einigermaßen, außer du hast mich komplett outpänt. Also es ist Juli oder Lumen. So. Ich würde Juli sagen. Du kannst doch noch skippen, theoretisch. Aber was spricht denn gegen euch beide so? Wir hatten ein Alibi am Anfang zu dritt und der dritte von uns ist tot. Aber wenn ihr mich jetzt verkauft, Leute. Okay, das war gut. Ich habe zu früh gewartet, das tut mir sehr leid. Ja, du bist ja auch voller Hass. Du bist dann mal mit so einer kleinen Gruppe, wir zusammen so, schöner Marsch. Nein? Okay. Juli ist weg. Natürlich ist Juli weg. Mann, wer hätte damit rechnen können, dass Juli weg ist? Das ist ja voll der krasse Zufall. Wir können jetzt Reaktor machen. Wir müssen in der Nähe von dem Ding oben bleiben, würde ich sagen. Also wir sind es nicht. Okay, es ist Fixed Lights. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen den Task machen. Und dann müssen wir sofort Juli rausroten, würde ich sagen. Und Report Spam, obviously. Das ist auf jeden Fall Juli. Was war denn das für ein Task Call von ihr? Das war aber der falsche Ding, den sie gemacht hat. Juli ist hier schon. Vielleicht Stack hält mich. Sag mal. Die Idee war aber super. Dafür hast du gestern Spielzeit echt nice gemacht. Das ist so unlucky. Oh mein Gott. Wait, Exchei hätte ich Brücke gerade gewartet. Weil ich dachte... Nein! Wait. Juli, okay. Never mind. Wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich Brücke gewartet. Ich dachte, vielleicht nur mich und Lumi. Und das war, weil ich sie auszusehen. Ich wollte einfach irgendjemanden töten, weil wir zusammen waren. Aber ich habe sie getötet. Und ich dachte, okay. Wenn du nichts gesagt hättest, ich dachte mir... Also so eiskalt kannst du nicht sein, dachte ich mir. Immer lügen. Ich dachte, das ist wirklich vorbei, weil Lumi gestorben ist. Und dass ich die Einzige war. Oh no. Ja, Aua, ne? Brot nicht einfach selber. Oh shit, ey. Da kannst du dich auch selber in die Lava werfen. Aber es ist echt nochmal gut close geworden, muss ich sagen. Das war echt close. Aber ich... Das war echt gut. Ein Tier skeptischer. Ich reine mal Angriff. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020